Seid ihr alle welche? Sicherheitscontainer Ah gut, dann gucken wir mal Schön vorsichtig, nichts kaputt machen Nicht wieder weg teleportieren bitte, ich wollte es einmal auf dich ballern So Klammer jetzt 5 von 9, ok Sicherheitscontainer Na, von hier? Ich glaube von hier kriege ich das nicht, ne? Man muss sich ja keinen Stress machen Der ist einfach verschwunden Mensch Ja Ich gebe dir sicher jetzt einfach irgendeinen Befehl, damit sie mich in Ruhe lässt Ja, da will ich ja nicht hin Ich habe doch da hinten auch schon wieder einen gesehen gehabt Die wollen mich doch alle veräppeln Ja, du bist wieder der, der ewig weit weg ist Ich will ich gar nicht Ich will hier, die kleinen will ich Ich will hier, die kleinen will ich Den da Die werden mir aber hier auf der Karte nicht mal mehr angezeigt Doch da Da ist ein Sicherheitscontainer Du bist schon kaputt Buggy Abendaventurien Schön, dass du da bist So Lässt du jetzt wenigstens auf dich schießen oder bist du auch kaputt? So Da ist das Schloss Ausrichten Schnell schießen, bevor es weg teleportiert So Dann haben wir jetzt sechs von neun Sicherheitscontainer Sicherheitscontainer Ja, du, du Das ist wieder der weit entfernte, ja Jetzt sind wieder welche da Die waren gerade noch nicht da Das Spiel Also, ich habe das schon mal erwähnt Ich glaube, dieses Spiel hasst mich Ich weiß nicht warum Wenn ich mich jetzt umdrehe Ist der Sicherheitscontainer weg Sicherheitscontainer Stattdessen ist wieder da hinten einer Das ist Das ist doch ein Bug Ja, gleich Habe ich doch gesagt So, guck mal Näher ran kann man an dem Ding nicht sein Äh, was gerade ein Problem ist, weil Ich kann nicht drauf schießen Jetzt So, noch zwei von diesen Sicherheitscontainern finden Wen haben sie nicht? Total versaut und weg Weg Einfach weg Jetzt ist es da hinten Leerer Raum Ich weiß nicht, was der hier Sicherheitscontainer Ich flieg da nochmal durch So viele sind es nicht mehr Oh, jetzt bin ich dagegen geflogen Das schalten sie aus, ne? So Alter, wo wohnst du? Ich habe das gar nicht mitgekriegt Wo war denn das? Sicherheitscontainer Sicherheitscontainer Da muss ich ja sagen Ich habe keinen Amok-Schützen in Kiel mitbekommen Ich habe aber heute auch noch keine Nachrichten verfolgt Direkt bei dir um die Ecke? Das ist natürlich Das ist natürlich Ja, musstet ihr dann auch irgendwie raus? Also, äh Wenn das bei nur fünf Kilometer von deiner Arbeit weg war, äh Haben sie bei euch dann wahrscheinlich auch Also, sie haben den gesucht, aber noch nicht gefunden Das ist natürlich Also, die haben alles abgesperrt Ah, dann durfte ich also keinen Feierabend machen So, und das wo ich geplündert habe Da habe ich ganz viel Zeug Ja, alles nichts wert Wie kann der denn einfach so abhauen? Was habe ich? Irgendeine Schule oder so? Wo du was ja öfter mal theoretisch der Fall ist oder wo? Wie gesagt, ich habe das nicht mitgekriegt Wie gesagt, ich habe das nicht mitgekriegt Musik Sie Yaki Station jetzt weg War die nicht irgendwo hier? ok unbekannte station also ich stelle fest zum einen dass hier gerade wieder was los ist also nee, Terranah, rot, klar also so ein Eifersuchtsdrama oder sowas ok das ist natürlich hart also ich möchte das nicht erleben dass irgendwo in meinem näheren Umfeld plötzlich ein Amokschütze rumläuft wird sein, dass es der Vorteil als Landkind aber wenn es ein Vorort ist Maskierung deaktiviert Asgard ach hier sind die hin Maskierung aktiviert Yaki warum haust denn jetzt die Maskierung an? Maskierung deaktiviert gibt es die Yaki jetzt nicht mehr? doch aber wo? zum Glück ist sowas nicht oft egal wo ich habe die Yaki verloren ich habe eigentlich ich dachte da geht noch irgendwas jetzt weiter bei den Yakis aber Yaki ist wohl jetzt vorbei war? oder gibt es hier noch irgendwas? wo kommt denn jetzt die Mission her? ok ok guck mal wir können das noch da können wir dran vorbeifliegen während wir ok vorbeifliegen ist jetzt so viel gesagt weil wir jetzt zum Hauptquartier wollen zum Hauptquartier kann ich mich aber sonst auch gleich kann ich mich hier nicht auch hin teleportieren hier habe ich doch ein Schiff das ist doch super mach ich das so einfach so ich spare mir das ich will ja eh nicht mit diesen Dingen hier durch die Gegend fliegen wir fliegen einmal hier durch ja ich ja nicht die Terraner waren das ich habe es halt verraten ich hätte jetzt nur gedacht dass die ja dann sind die halt weg die Yaki es wird bestimmt irgendwann ein Problem werden oder haben die Yaki noch mal einen eigenen Handlungsstrang den ich mir jetzt versaut habe nö nö hier ist alles schön blau wenn ich hier schon mal durchfliege einfach mal so aus Spaß mal ressourcensonde aufstellen hier gibt es alles aber nicht viel also nicht viel davon das Schiff kann hier gleich einfach wieder abhauen das soll gleich zurückfliegen ich werde mich jetzt hier teleportieren hier zu dir so und dann was ist das Problem jetzt wieder dieses komische Schiff hat ja gar keinen Piloten ja Mods wollte ich mir glaube ich erst angucken wenn ich mal hier im Vanilla Wiege der Menschheit durch habe so gehen wir mal hier zum Chef lassen uns befördern und dann lassen wir uns zur Sichel teleportieren und fliegen damit ja zum Hauptquartier um mit unserem Lieblingsboron zu sprechen und ja hallo schön Sie zu sehen Freund wir haben Ihre Arbeit mit großem Interesse verfolgt und möchten Sie dafür belohnen ich freue mich Ihnen einen neuen Rang innerhalb unserer Organisation zu verleihen dieser Rang geht natürlich mit großen Vorteilen einher diese Vorteile sind an den Rang gebunden sie werden sie verlieren wenn sie den Rang verlieren wenn ich mir aber Ihre Geschichte anschaue glaube ich nicht dass wir uns darüber Sorgen machen müssen ich hoffe diese Belohnungen entsprechen Ihren Erwartungen für die geleistete Arbeit machen Sie das Beste draus fast vergessen einige Organisationen in unserer Gerichtsbarkeit werden nun vermutlich an Sie herantreten und um Ihre Mitgliedschaft werben noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen wir freuen uns in Zukunft mit Ihnen zusammenzuarbeiten viel Glück da draußen ja bitte gern wir machen das doch schön Sie zu sehen Freund so können wir mal gucken hier Blaupause ich glaube die kann ich noch nicht ne ok hier ist die Elektronikkomponenten auf alle Fälle günstiger als bei den Teladidat zu 4,5 kostet hier sind es nur 3,5 die hilft mir jetzt nicht gerade aber wir brauchen noch die Mikrochip 5,6 Millionen viel Glück da draußen ich bin doch zu arm für sowas so das Wortschiff bleibt da ab zur Sichel hier werden eigentlich noch Mineralien Dinger gebaut aber da fehlen halt Elektronikkomponenten deswegen sollen unbedingt die Elektronikkomponentenproduktion irgendwann mal laufen aber das soweit bin ich noch nicht so das brauchst du nicht mehr beschweren dass du keinen Auftrag hast ich bin ja wieder da und dann gehen wir jetzt zum Hauptquartier was die Sichel was macht die Sichel denn hier die hatte diesen die hatte diesen Auftrag noch dieses fliege da und dahin ok das ist ungünstig dann nehme ich da nämlich einen von den Schiffen es ist mehr ich fliege jetzt so Mädel die Sichel bekommt jetzt den Auftrag hier unten wieder hin zu fliegen und ich teleportiere mich so lange dahin wo ich hin will so einmal bitte hier hin fliegen und warten deswegen hat die ganze Zeit da gefragt so von wegen oh ich brauche einen neuen Auftrag weil sie meinte sie hätte ihren abgeschlossen wir gehen mal in einen so einen Bussard rein so erreiche System profitabler Handel moin seien sie gegräst kannst ja gleich weiterarbeiten ich muss nur einmal kurz zur Station und dann muss ich mich noch um diese Antimaterie Sache da oben kümmern das kann ja nicht angehen dass ich jetzt da hinten vom Mars hier wieder zurückfliegen muss so ich habe doch keine Zeit so wo soll ich hin nachher hin ich bin im falschen Winkel zur Station geflogen da waren keine Dockingboards so ja wo muss ich hin da bisschen zu optimistisch gewesen so und da perfekt dann gucken wir mal es ist eine Ehre sie an Bord zu haben jo alles gut so jetzt mal gucken was der Barone von mir möchte ich habe ja gleich zwei Aufgaben bei dem offen das überfordert das Spiel wahrscheinlich wieder gleich kommen zwei Sprachausgaben auf einmal oder sowas hier ist ja alles möglich hier teleportieren sicher auch die Sicherheitscontainer Moin Hallo auch ja Sie werden feststellen dass ein neues Forschungsobjekt verfügbar ist angesichts der Erkenntnisse aus unserer Teleportationsforschung glaube ich dass wir es im großen Stil anwenden können dieses Experiment führt zur Verlagerung dieser Station an eine andere Position innerhalb dieses Sektors es sei denn natürlich wir stoßen auf irgendein fatales Problem ja super Hallo auch wie hat es nicht zwei Missionen für mich habe ich mich so verguckt gut ich habe ich mich so Vielen Dank.